Herzlich Willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Ich handle mit Broker Finnmark 60 Sekunden bis zwei Minuten. Mein Start Trade beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Cut. Japanischen sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein und gleich noch mal. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Ich steige noch ein drittes Mal ein. Ich steige noch mal. Vielen Dank. Die ersten beiden Trades habe ich gewonnen. Noch 10 Sekunden. Sehr schön. Alle drei Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.